Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer und tauchen in eine atemberaubende Welt voller Farben und Details ein. Der Samsung 85 Zoll Neo QLED QN900D ist kein gewöhnlicher Fernseher. Er ist ein technologisches Meisterwerk, das Ihr Heimkino-Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Aber was macht diesen Fernseher so besonders und warum sollten Sie in ihn investieren? In diesem umfassenden Testbericht werden wir alle Aspekte dieses beeindruckenden Geräts untersuchen. Der Samsung QN900D beeindruckt schon auf den ersten Blick mit seinem schlanken, minimalistischen Design. Der Fernseher ist in einem eleganten Schwarz gehalten, das nahtlos in jede moderne Wohnzimmereinrichtung passt. Trotz seiner enormen Größe wirkt der Bildschirm dank seiner ultradünnen Rahmen beinahe schwebend. Der Fernseher steht auf einem stabilen, aber unauffälligen Standfuß, der ihm eine gewisse Leichtigkeit verleiht. Die Rückseite ist ebenfalls gut gestaltet und ermöglicht eine einfache Kabelverwaltung, um einen aufgeräumten Look zu gewährleisten. Klicken Sie auf den Amazon-Link in der Beschreibung, um mehr über diesen Fernseher zu erfahren und ihn zu kaufen. Der Bildschirm des Samsung QN900D ist ein wahres Highlight. Mit einer gigantischen Diagonale von 85 Zoll und einer 8K-Auflösung bietet er ein unvergleichliches Seherlebnis. Die Neo QLED-Technologie sorgt für brillante Farben und tiefes Schwarz, während die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung eine hervorragende Helligkeit und gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet. Die hohe Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen, ideal für schnelle Action-Szenen und Sportübertragungen. Erleben Sie die beeindruckende Bildqualität selbst und besuchen Sie den Amazon-Link in der Beschreibung. Der Samsung QN900D enttäuscht auch im Audiobereich nicht. Ausgestattet mit sechs Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 70 Watt bietet er einen kraftvollen und klaren Sound, der das Heimkino-Erlebnis kompletiert. Die Lautsprecher sind strategisch um den Bildschirm herum angeordnet, um einen immersiven Klang zu erzeugen, der den Zuschauer mitten ins Geschehen zieht. Ob tiefe, bessere oder klare Höhen, dieser Fernseher deckt das gesamte Klangspektrum ab. Tauchen Sie ein in ein unvergessliches Klangerlebnis und klicken Sie auf den Amazon-Link in der Beschreibung. Der Samsung QN900D läuft auf dem intuitiven Tizen-Betriebssystem, das einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste und Apps ermöglicht. Mit vier HDMI 2.1-Anschlüssen ist der Fernseher bestens für die neueste Konsolengeneration und andere High-End-Geräte gerüstet. Die USB-Anschlüsse bieten zusätzliche Flexibilität für externe Speichermedien und andere Peripheriegeräte. Dank integriertem WiFi und Bluetooth ist der Fernseher perfekt vernetzt und kann problemlos mit anderen Geräten im Haushalt kommunizieren. Entdecken Sie die vielfältigen Smart-Funktionen und besuchen Sie den Amazon-Link in der Beschreibung. In diesem Abschnitt werden wir die Hauptnachteile und Vorteile des Samsung QN900D beleuchten. Nachteile Höherer Preis Kein Dolby Vision Vorteile Überragende Bildqualität Leistungsstarkes Audio Vielfältige Smart-Funktion Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren unten. Zusammengefasst ist der Samsung QN900D ein Spitzenfernseher, der in nahezu jeder Hinsicht überzeugt. Von der beeindruckenden Bildqualität über den kraftvollen Sound bis hin zu den umfangreichen Smart-Funktionen. Dieses Gerät lässt kaum Wünsche offen. Wenn Sie bereit sind, in ein High-End-Heimkino-Erlebnis zu investieren, ist dieser Fernseher eine hervorragende Wahl. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis zum nächsten Mal!